Hier ist Max, der hat sich gut gekonnt. Weiteren Folge... Minecraft... E-Tam... Und es lebt wie Sau. Ja, nur fest. Ich weiß gar nicht warum. Oh, hier ist sie gerade. Ich kann gerade gar nicht mitmachen. Jetzt. Du, da hinten ging einfach total, dass es Schankloch ist. Ich hab mich schon mal eine E-Mail, wenn es cool ist. Ich hab einen Fall in die Tür. Okay, ausstrahlen. Ich hab einen Fall zu sehen. Aber der ist doch nicht mehr im Fall. Klingt gut. Weiß ich eigentlich nicht. Was soll jetzt jetzt halten? Also irgendwie... Wieso nicht an der Welt, sondern an der ganzen Person? Und das finde ich mir schon komisch, denn... Das ist jetzt auch noch passiert, ne? Sehr komisch. Sehr gut, ne? Sehr gut, ne? Also da will ich grad eh nochmal neu starten. Ich weiß nicht, dass das hier noch nicht bekommen ist, oder? Ich hab jetzt grad eh gemein das kurz. Ich weiß nicht warum. Ich könnte dafür auch gar nichts. Ich überschuld' ich mich grad eben, wenn ich meine letzte Statue jetzt... Fett. Oh, echt schade. Jetzt könnte ich aber auch ein kleines Team ansprechen. Und zwar. Es ist ein ganzes Jahr her, dass ich UPS habe. Und... Ich mag jetzt nochmal bestürzt. Brauch ich da. Also. So, das ist wieder was sehen. Und wenn nicht, dann... Alles klar. Okay, alles klar. Alles klar, na. Ich glaub ich seh got building terrain. Das seh ich nicht. Ich seh hier, äh... Loading level. Das ist mit dem World for Bid. Äh, ich weiß nicht wann du nix. Sehr gute Fehler. Das ist sehr eigenartig. Ich hab auch noch eine sehr sehr hohe Grundschule auslassen. Ich fühle mich doch sehr alt. So. Ich apologise. Ich schwöre einfach nur... ...dass ich mal was machen kann. Entschuldigung, definitiv Diese scheiß Folge Nicht blöd Da auf jeden Fall nicht Jetzt wird irgendwie hängen, ne? Wir sind zum Letting World for Bit, da wird irgendwie hängen 5 FPS ist das Problem 34 Also man einfach füge gerade komplett ab Ah, ich hatte schon eigentlich diese Video Um einfach zu zeigen, dass man einfach nicht für ein kleines Klasschen spiel ist Was ein Computer aus den 90ern nicht kriegen könnte, sondern dass es echt heiß umbraucht Was er jetzt für meinen PC gerade nicht fressen kann Wenn dann blabber ich jetzt ganz kurz über einen Platz schieben Wie soll ich jetzt aussuchen? Ähm... Ähm... Was haben wir gerade noch gesagt? Ähm... Das wird... Ja... 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 Und... Dann... Irgendwie finde ich es auch ziemlich geil Ein Jahr später Genau... Und auf, die hat... Klarahne nichts mehr Ich habe gar nicht viel FPS... Joach... Die zeit für da gar nicht mehr zählt Das wird ja gar nichts mehr machen sehr sehr traurig ich hoffe ich kann gleich Minecraft Attack aufnehmen und wenn nicht dort ein Weg wäre auf YouTube-Tag ich entschuldige mich definitiv dafür dass ich euch sowas biete das mit mir nicht nicht auf jeden Fall Entschuldigung ich hoffe es bessert sich ich weiß nicht warum es liegt ich habe eigentlich nichts falsch gemacht und ich habe das mit Stadte da nicht immer aber anscheinend funktioniert es gerade 0 ich würde gerne wissen warum so scheiße es gerade ist aber